So, eben am Video Nummer 13 habe ich euch einiges erzählt über die Rockrock, über die Stoneware von Pemperchef. Lasst euch einfach mal gleich inspirieren mit ein paar Fotos und paar kurze Clips, was man sonst noch alles mit der Rockrock erleben kann. Macht Lust auf mehr, grillt bei dem tollen Wetter oder auch wenn es mal kalt ist, wir grillen eigentlich immer. Und von daher, viel Spaß! Das ist der große Rockrock, da haben wir nämlich jetzt die Glühwein drin. So, also schön heiß muss er natürlich sein, klar. Und dann brutscht das natürlich wunderbar. Guck mal hier, ein bisschen neue Grillmatte. Das ist natürlich geil, die hat natürlich so eine Temperatur. Das sind jetzt, werden jetzt geschmorte Äpfelchen in Honig und Zimtzucker und noch Erdbeeren. Also ich war auch schon sehr erstaunt. So, und dieses Grillgitter. Und wenn das ohne Matte benutzt wird, könnt ihr das sogar im Backofen benutzen, quasi als Gitterersatz. So, hier ist mein Grillmeister wieder am Werk. Dieses Mal haben wir hier, oh, der Grillmeister, ja stimmt. So, diesmal haben wir Gemüse drauf. Guck mal, da sieht er mit unten schon pruschelt. Ja, da ist Spargel mit drin, jede Menge anderes Gemüse hier. Paprika, Zucchini, Pilze und Zwiebeln. Oh, jetzt geht's wieder zu, schade. So, der Rockrock, den könnt ihr natürlich auch im Backofen nutzen. Ich hab jetzt hier gerade im Moment gegrilltes Gemüse drin. Das heißt jetzt ganz viel Gemüse. Mit oben drüber lecker Käse. So, der Grillstein ist von gestern Abend richtig dick schmodderisch eingebrannt. Jetzt hab ich ja gestern Abend, hab ich Wasser drin stehen lassen, ohne Spüli, ohne alles. So, jetzt hab ich hier ein bisschen Spüli dazu. Und hier sieht man mit dem Bürstchen, wie der ganze Dreck einfach weggeht. Jetzt machen wir gerade weniger. Hier, seht ihr. Da war ich mit dem Bürstchen. Und dann muss ich noch weg. Schade. Jetzt ist der kleine Streifzug zu Ende durch die kleine Welt des Rockrocks. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter oder abonniert meinen Kanal. Oder macht auch selber mal einen virtuellen Spaziergang rund um die Welt von Pempered Chef. Mit mir, eure Monika Groß oder Thermoni. Bis dann. Ach du Schande, ich hab ja ganz vergessen. Für diejenigen, die natürliche Produkte haben möchten, wenn ihr weiter runter scrollt, könnt ihr sofort auch hier mit einem Link auf die Produkte drauf zugreifen und die auch online bestellen. Ihr könnt natürlich auch selber eine virtuelle Kochshow mit mir machen. Und somit habt ihr auch Vorteile, die auch eine Gastgeberin einer normalen Kochshow hat. Das heißt, ihr hättet Halbpreisprodukte. Ihr sucht euch bis zu drei Produkte aus, die ihr dann zum halben Preis bekommen könnt. Ihr könnt Zusatzpunkte bekommen. Von diesen Zusatzpunkten bekommt ihr natürlich Wunschprodukte geschenkt. Zusatzprozente bekommt ihr als Gastgeberin und, und, und. Ja, versucht es einfach mal. Und für alle anderen, ihr könnt ganz normal auch online bestellen, auch außerhalb von einer Kochshow, sondern alles mit Einzelbestellungen. Also es ist alles möglich. Egal auf welchem Weg, ich freue mich, euch kennenzulernen. Oder auch für die, die ich schon kenne, ich freue mich, euch zu sehen.